und wie kann er ja gar nicht haben den chat kann er nicht mal kaufen irgendwann dann cheat ist er bestimmt mal gucken wie lange er das machen kann vor allem kann er auch mit mit dem scharfschutzgewehr so schnell schießen die andere mit der maschinenpistole doch der zwei jahr da draußen ist prezzi das schießt auch so schnell ich schieße gerne mit dem schwärmen das ist der kiefer ist wo sind die da der hat ne Auto ne ne aber nicht der ist hier steht der Level 95 Ja ja, Alter wie schnell der schießt Sag ich ja Das ist Treci Wird die selbst in Luft sprengt Vor sie Das ist nämlich seine Nahrungsäure Ist das ein NPC mit einem Mann? Ja, das ist Polizei Ein Bazaar, okay Ne, ne, das ist meiner Von Mary war der Unterstützungszauber Steht denn der? Ich hab nen Feuerwehrmann getötet, Alter Ja, der hat keine Nahrung mehr Das steht 6-6 Ach so, der hat sich immer als nächstes Ja Ja, jetzt hast du keine Chance mehr, wenn ich nichts mehr öffne Es ist okay Es ist okay, Tom Ja Ich bin Es ist okay, Tom Ich bin Oh Mann Boah, der Kleinkrieg hier. Da ist meine Kugel reingerannt. Dünn ist er. Die Sniper schießen, sie müssen stillhaft reißen. Bei der Sniper ist er kein Auto. Schade, ich hätte das sonst gehabt. Ich muss halt noch lernen, wie man zielt und gleichzeitig läuft. Der ist irgendwo da links, aber wo genau weiß ich nicht. Der muss doch irgendwelche krasse Muni oder so haben, so wie der eine mal wegballert. Na, Hedger zum Beispiel ist effektiv. Ich hab was für den Geist hier angemacht. Das heißt, wir können nicht mehr auf den schießen und der nicht mehr auf uns oder was? Er sieht uns nicht auf der Karte. Er weiß nicht, wo wir sind. Jetzt hat er sich auch weggemacht. Naja, er ist wieder ein Panzer. Setz ich mit dir. Panzer oder Bandito, ich glaub mehr Panzer. Also Mini-Pundle. Also Mini-Pundle. Ne, da ist er. Er hat geist dir auch. Wo ist er denn? Äh, der steht hier vorne an der Ecke. Nehmen wir auf. Einmal drumrum. Bei dir. Ja, genau da. Da muss ja die Rakete irgendwo... Da muss er irgendwo stehen. Er ist tot. Okay. Vierradteam? The fuck? Hä? Jetzt werde ich aber gar nicht mehr woher. Ja, die fährt ein Vierradteam rum. Gleichzeitig von der MK2 gejagt. Jemand hat ihn. In Deck. Ja, hier. Bei mir. Gut. Ich weiß, okay. Jetzt überst du es muss. Bei mir. Halte ich selbst nicht auf die Rakete irgendwo so. Du hast den vor die Rakete geschossen. Äh, nicht den Fall. Aber was mit ihr habt. Wenn du das mit dem vierteln willst, war da oben ist es ein UFO. das ufo ist immer abends da sind jetzt schon fünf ufos auf der karte aber schon jetzt auch nur während halloween mal gucken heute bin ich gott verwundert über uns ist das liegt von uns nein da bin ich zu nah dran ich sehe es nicht du musst wieder richtung flughafen wo das kreisel ist gucken da drüber da ist auch freundlich gewohnt zum thema von einem ziel zum anderen enrico du siehst doch mich oder jetzt gucken nach links von mir aus damals ist oben im seien da genau genau da muss feierwerke ich stehe doch genauso weit weg wie du ich siehst du auch nein ich stand da oben drauf auf dem dach ich sehe kein das was ich siehst wie gesagt ich ziehe es doch mal mit dem feierwerksfaket wieder vor da hin da auf der höhe ist das na ja keine ahnung hat es auf dich nein ich seh keins doch eigenschuss zusammen bei mir immer ja ich erlöse dich ich wollte eigentlich nur mit riko und nicht beide ja das ist direkt gerecht ja aber ich hab dich doch der weg oder ist aber noch auf der karte auf jeden fall doch kommen wir auch nicht raus ja tatsächlich auf der karte ist nicht mehr zu finden auf dem ja 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 ich hab ein dieser を Ja, alle gegen alle. Das war das Flugzeug. Ich hab noch nie mal was gemacht jetzt. Granate. Jetzt überlege ich, was kann man noch machen. Irgendwer schießt auf mich. Wie kommt's? Na du, du Sau. Guck mal, was gibt's noch schön mit der Karte? Aua, hör auf. Ey, ich war auf der Karte. Dumm. Na trotzdem noch jemand, oder? Au. 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 Alter, mit der Waffe ist unfair. Ja. Der andere ist Hobby. Das war mal die Stahlfäuste. Das war keine Waffe. Ja. Ey, hör auf. Okay. Ich spiel grad mit Heli. Ich spiel grad mit Heli. Ich spiel grad mit Heli. Hey, hör auf. Ich spiel. Ich spiel. Komm. Hör auf. Hier ist geziin. Bis zum nächsten Mal. Du kannst es auf den Umfeldplatz zu sehen. steig mal bei mir ein ja, ich trau dir nicht das soll kurz passieren, wenn du auf der Fahrerseite bist und nicht rauspringe, fliegst du trotzdem weiter so, und da noch Markus ich verstehe nicht, alles klar perfekt da 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 alter, wtf was ist das? hast du auch gerade den Sound gehabt Kev? ja Le quell sound? fuck schon wieder es ist immer wenn du an so immer wenn du so vorbeifliegst ein ufo der reihe und so 23 ich bin doch kein irgendwie das ist das problem bei eigentlich dann kann man vorbeifüge 1 2 3 4 5 5 6 7 war ich bringe mich mal um ein mutwilliger zerstörung beginnt in wenigen minuten das muss ich nicht machen ich brauche meinen torriator 1 2 3 4 5 6 7 ufo so habe ich jetzt gesehen ich sehe immer noch keinen 1 2 3 weg wir sind immer noch da 1 2 3 4 5 ja keine ahnung mein spätkreis 1 über observatorium 1 2 3 4 über der innenstadt 1 2 1 1 steht ja genau das ist nicht ist nicht so schlimm aber der mutwillige zerstörung wer an der autobahn besser weil da war ja da auch gehen laufen ich habe doch mein torriator da kann ich doch mutwillig mit zerstören wie ich will das ist auch nicht da aber ah ja das ist auch nicht desig Wenn hier ein UFO ist, ist das noch krass. Ist hier noch ein UFO? Ja. Ja, eigentlich müssen wir hier abstürzen. Es liegt gerade weg daneben. Dann noch so eine Verrollung. Ja, eigentlich müssen wir abstürzen. Ja, dann bin ich verbatzt. Noll. Perfekt. Wir sind gerade jetzt noch mal weg. Deswegen wahrscheinlich auch das komische Geräusch. Ja, weil das ist eigentlich der Motorel. Vielleicht musst du noch mal vorgehen und steunen. Ach nee, Alter. Finde ich nicht notwendig. Viel krass. Hier ist es irgendwie irgendwie. Ja, da. Oder? Such mal mit. Ja, bitte. Das ist ja richtig. Laut Karten. Ja, nicht hier oben sein, irgendwo. Was musst du hier oben sein? Da müssten wieder so eine Bäre sein. Wenn der da vorbeiläuft, dann kriegt das nicht. Ach, ich hatte es. Das war's. Ach, deswegen höre ich hier auch Pferde-Geräusche. Ja, da auf nichts abzuschießen, Alter. Ich wollte mal was gucken, wie teuer ist und wie viel das bringt. Das bringt richtig Kohle. Ich wollte mal was ausprobieren, plötzlich nicht mehr. Natürlich ist gerade jetzt nichts hier auf dem Parkplatz unterwegs. Sehr klar. Ich bin eine Wildsau. Mist. Scheiß Bodenwellen immer. Aber sonst geht es dir gut, oder wie? Ich bin eine Wildsau. Mach das Wild weg, dann kannst du es nochmal sagen. Ich fände hier gerade als Schwein rum. Aber ich habe Angst, dass Kevin mich tut, weil er hier rumschießt. Und am Minimum. Mal kurz sprechen. Laub' mir Kiff noch den ersten Platz hier. Das verstehe ich nicht. Weil ich... ... ausgenommen vom Spiel. Boah, das ist gut geworden, das ist. Schieß bitte nicht in meine Richtung, ich hab keinen vergessen, wie du aus dem Spiel bist. Danke. Alter, mach dich doch mal weg. Mann, Mann, Mann. Ich brauche jetzt keinen Anruf von dir, Lester, Alter, meine Fresse. Oh. Diese Schalt-NPC! Wie? Ich fahr komplett überfahren, Alter. Dreck. Ich bin eine behinderte Programmierung, Alter. Können die mich auch nicht programmieren? Nichts können die. Was ist denn ein Motto? Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Das hat mein Bruder fotografiert. Das ist mein Motto. Einfach so weit, äh, äh, ich, Marienkäfer beim Bumsi. Oh. 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 So associates. Das ist mein Motto. Was sind für Sie? Nein. Ich weiß nicht, dass ich die neue Farming zum Monat war. ich habe jetzt 35.000 dafür gekriegt ich bin uns 20.000 ich habe es mir kommt mal sehen was du für ein tier du bist denn du hier oben wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen was machen kann so weit nach unten gekommen warte mal ich komme gleich zu euch warte wie leer die karte auch ist rechts kopf gehen wir jetzt schon auf den sack wieder bin sofort bei ich warte dir kurz auf mich ja da gehört auch wieder nicht zu ich bin ein aber auch wir sollen immer warten aber selber wenn man sagt ich mache jetzt auch los muss aufpassen der beim landen muss ganz leicht über den boden fliegen und dann drückst du vier ja wir sind über dem boden leicht ich kann euch ein karten gerne hat mal hier vor mir nicht bin ich habe gehört aber wo ist es nicht ich kann euch auf die autos er wird nur endlich mal selbst ich bin einfach ich bin ein kleines die pflanze aber hier in der mitte von dem drogen 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 ich bin ein guter erlaubt liegen er war ja die höchste nö ich kann nur sprinten drüber ja zwei flächte feier wir haben ja zwei kranken neben der zwei macht da irgendwas an ich kann nur gar keine Ahnung ich bin kein guter werden wer kann sich da kannst du tatsächlich keiner erleben ich kann sogar rückwärts laufen moonwalk das sieht wirklich aus wie moonwalk weil dann aber trotzdem die vorwärtsbewegung von den beinen hat das problem ist ich komme hier nicht mehr hoch doch so ich weiß nicht ob du über die leiter kommen weil hier ist ein treffer hier große treppe der Karte zu verliebt und zu ich komme hier nicht mehr hoch 8 Euro du habe ich das nicht so dumm alter mit der Katze von der Kuppe 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 und statt dass sie einfach sagen ja das nun kann ein Stück hoch springen die Karte kommt ja normalerweise auch überall hoch oh leu ich kann sogar nicht mehr ich habe Schaden bekommen ich kriege dir gerade einen Arsch verkauf Danke.